servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal bis zur blizzcon ist es noch etwas hin rund drei wochen aber so wie es aussieht will da niemand hin wobei niemand ist übertrieben aber es wollen nicht so viele leute hin ich habe mal nachgeschaut das gucken wir uns in diesem video an es gab reihenweise tickets noch übrig die tickets werden inzwischen zum halben preis rausgekloppt und c wäre das die erste blizzcon wohl die nicht ausverkauft wäre ihr seht dritter bis vierter november anaheim kalifornien ist die blizzcon gut für uns europäer eher uninteressant weil ziemlich weit weg aber man muss dazu sagen blizzard hatte ja ende september noch eine dritte welle an tickets rausgehauen sehr sehr unüblich für den fall normalerweise war die blizzcon was ich gesehen habe bei vor covid bei den veranstaltungen teilweise monatelang im voraus schon ausverkauft wenn sie eine dritte welle bewerben können heißt das dass doch noch relativ viel kapazität ist das problem welches ich sehe bei der ganzen geschichte ist halt einfach dieser saftige preis letzten endes klar du bekommst ein päckchen mit goodies und so weiter und einen rucksack aber letzten endes gehst du zu einer werbeveranstaltung von blizzard das muss man auch im hinterkopf behalten und dafür wollen sie 300 dollar haben im günstigsten fall das sind umgerechnet auch um die 300 euro also ihr würdet so um den dreh bezahlen wenn ihr den exklusiven pass haben wollt kostet das 800 dollar und das ist schon ziemlich ziemlich viel verglichen mit früheren preisen von blizzcons auch die mit abstand teuerste blizzcon was ich so entdeckt habe gab es auch sonst früher mal ticket preise im bereich von 100 und etwas dollar also da hat blizzard ordentlich zugelangt gab vor kurzem da auch eine oder symbolisch zeige ich euch jetzt einfach mal diesen bericht hier von dort esports blizzcon tickets 2023 still haven't sold out also es ist immer noch nicht ausverkauft und ursprünglich sagte blizzard dass am 8 und 22 juli die tickets nur an diesen beiden tagen verkaufbar sein werden die tatsache dass wir jetzt drei monate später die dinge immer noch angeboten bekommen haben zeigt dass diese oder ich sag mal so blizzard hat damit gerechnet dass das ding an den beiden tagen ausverkauft ist dem war nicht so blizzard verkauft das ganze mit hilfe dieses anbieters xs und letzten endes scheint es nicht so gut zu laufen wie gedacht ich glaube auch blizzard hätte sich mehr erwartet vor allem im hinblick auf erste blizzcon so richtig seit 2009 10 und hier seht ihr auch normalerweise vor corona war der reguläre preis bei 199 dollar dann wurde 219 schon mal erhöht auf 229 dann 299 aber das ist halt auch schon von 2018 auf zu 23 eine erhöhung von 100 dollar plus du brauchst ein hotel plus essen plus was weiß ich eventuellen flug also das ist schon ziemlich ziemlich teuer dazu kommt höchstwahrscheinlich was gibt es großartig zu sehen die leute erwarten das neue wo w addon und davon ab die diablo 4 ist gerade aktuell nicht in seinem beliebtesten status overwatch 2 definitiv nicht handy game viel mehr kommt da halt nicht ne und ich denke es hilft auch nicht dass du die blizzcon ansonsten kostenlos dir online angucken kannst also wenn dich eh nur wo w interessiert dafür würde ich selber nie im leben selbst wenn ich in dann ennerheim wohnen würde wenn mich wo w interessiert ich würde nie im leben 300 euro ausgeben nur für diese ankündigung für zwei tage wenn ich es mir auch zu hause einfach umsonst angucken kann klar ist das feeling anderes aber das wäre es mir definitiv nicht wert und hier seht ihr dann nochmal was jetzt passiert über das sind screenshots von dieser exs seite die tickets werden inzwischen für die hälfte angeboten sprich für 150 dollar weil sie sie einfach nicht los werden und mal gucken je näher wir der ganzen geschichte kommen letzten endes natürlich peinlich für blizzard im sinne von sie hätten sich mehr ausgerechnet aber letzten endes kann ich es auch verstehen dass sie jetzt die preise senken weil letzten enden angenommen du hast noch 2000 tickets übrig und du bestehst auf deinen preis von 300 dollar da gehen dir dann vielleicht noch 100 weg dann verkaufe ich lieber noch mal 800 aber für die hälfte und es ist voller aus und es sieht nicht ganz so leer aus auf deinem event wenn ihr wisst was ich meine aber gut damit sind wir auch durch mit diesem video ihr seht blizzard hat ziemlich probleme die blizzcon zu füllen mal gucken ob das ganze ein reinfall wird was denkt ihr wundert euch dass da keiner hin will oder hättet ihr gedacht krass da hätte ich eigentlich mehr erwartet schreibt es in die kommentare damit bis zum nächsten video und reingehauen